Musik Hier sind wir also, am letzten Tag unserer Tour, im wohl, wie ich finde, besten, stylischsten, bestorganisiertesten und angenehmst zu spielendsten Club in der Schweiz. Im Kofmehl, in der Kofmehl, wie sagt man es? Weißt du es? Nee, ne? The Kofmehl in Solotouren. Ja. Wie sagt man Solotouren? Solothurn. Solothurn. Auch eine wunderschöne Stadt übrigens. So, wir, es ist wirklich unglaublich, ich habe mich gerade schon erschrocken da wegen dem Typen. Ich dachte, da steht einer. Hier. Letzte Tour. Äh, quatsch. Letzter Tag auf der Tour. Ich habe jetzt die Dinge noch geändert hier, was Timo gerade meinte, dass bei Calling immer so gut geht, den habe ich mal über den Kompressor gemacht sonst. Jetzt habe ich über den EQ gemacht, eine EQ-Einstellung. Viel besser. Viel natürlicher. Ja, guck mal einer an. Ich bin gerade vom EQ auf den Kompressor gewechselt auf die Tour. Und das am letzten Tourtag. Jetzt werden die Gitarrens noch mal am letzten Tag geändert. Watten Schwachsinn. Gut, so. Ach ja, unter anderem spielt heute ja der FC Bayern gegen Werder Bremen. Pokalfinale. Und hier wird schon fleißig getippt. Da ist die Tippliste. Da ist die Kasse. Fünf Euro Einsatz. Mal gucken, wer gewinnt. Am besten ich. Am besten Guido. Und Guido ist ganz glücklich. Er hat nach zwei Tagen Brillenabstinenz seine Brille wieder. Ich habe sie liegen lassen. Jetzt sehe ich wieder was. Jetzt sieht er wieder was. Jetzt sehe ich zwar wieder nicht aus, aber ich sehe wieder was raus. Du siehst aber auch aus. Doch, sieht schön aus. Die Brille jetzt. Ja. Nur die. Und man kann den Laden nicht genug loben. Jetzt auch noch sowas. Nach dem Essen. Eine Dönastorte. So, ja. Verschluckt. Dönastorte. Ist doch ein Ding, oder? Das ist doch ein Ding, oder? Das ist doch ein Ding, oder? Das ist doch ein Ding, oder? Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.